Servus! Wir, die 3D, von der MS2Schwarz wollen heute alle Rezepte vom Spot nachkochen. Wir kochen die Veggie Wraps in September. Wir machen die Kürbisch-Schocko-Muffins vom Spot Oktober. Im Dezember gibt es das Rezept zu unterbrechen. Ich habe die Sienna Spot, der da ein Rezept von Erdäpfchen Pancakes. Ich koche vom aktuellen Film, das kann man gut sehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns so. Musik Bachelor Wraps mit Gemüse und Kräutersauce Das sind unsere Kürbis-Chocanade-Nuffin Das sind die Fräulepfel mit Naturjoghurt Da haben wir Kartoffel-Pankrex mit so einer Bananen-Joghurt-Sauce Cover-Resorto Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017